Jeder liebt sie, Steckenpferde. Heute sogar Sportgerät für den Trend Hobbyhorsing. Zu sehen im Schweizer Kindermuseum Baden. Hier hat die Ausstellung Hü Rösli Hü seine Pforten, äh Stalltüren geöffnet. Kinder lernen die Pferde in verschiedenen Lebenswelten kennen. Wie hat sich ihre Funktion über die Jahrtausende verändert? Die Familien begegnen Menschen, die über ihre Arbeit mit den Tieren berichten. Und auch die Pferde kommen zu Wort. In Hörspielen erzählen sie aus ihrem Alltag. Lehrreich und interaktiv. Hü Rösli Hü. Noch über ein ganzes Jahr zu erleben.